Sehr gut und dann würde ich sagen wir machen den mal zu Notasche 3 und wir haben ein Portal dabei, unser Reiseportal, sehr gut und wenn wir jetzt sterben kommen wir hier raus, ne? Viel besser. Na ok, also wir haben keinen Fehlerumhang, aber auch das kriegen wir schon hin. So, den da unten würde ich gerne mal plätten. Der macht mir nämlich ein bisschen Angst. Ah, sehr gut. Was hat denn da alles einen Schaden gekriegt? Diese Grashalme hier? Hm. Kein Plan. So, da ist ein Spawner oder? Ne, ein Lavabocken. Da ist ein Spawner. Den mache ich platt. Huch, oh. Erstmal mache ich den hier platt, ne? Kannst du explodieren? Schade. Tschüss. Vorsichtig, dass da nicht wieder Lava ist. Ne. Oh, da ist ein Morgen. Dann gehe ich weg. Bin ich ehrlich, da gehe ich doch weg. Und wie, ich gehe lieber so in die Richtung. Weil da ist auch ein neues Gebiet, ne? Halt! Wir müssen das hier noch eintragen. So. Oh. Not 3. War doch Not 3, ne? Ja. Gut. Und dann gehen wir nach da. Und hoffen, endlich mal so eine verdammte Burg zu finden. Oh, da ist der Morgen, ne? Ich hasse die so. Und keine Valkyre. Weil die würde ich mitnehmen, bin ich ehrlich. Wegen der Federn, ne? Brauchen wir die, ja. Piu! Piu! Er hat doch ganz langsam versucht, hat sich umzudrehen. Scheiße. Ich muss hier weg. Oh, das war viel zu hoch, oder? Ja. Na komm, geh kaputt. Immerhin einen von denen getroffen, nochmal. Sehr gut. Aber ich glaube, das sollte gleich zerstört sein, ne? Nein, ist trotzdem noch getroffen. Okay. Das war wirklich nicht schlecht. Hat er mich auch smartet. Kannst du jetzt endlich mal kaputt gehen? Verdammt! Kann sein, dass ich die ganze Zeit gar nicht treffe, doch. Ich treffe doch eigentlich, oder? Na, also, so. Hervorragend. Dann kann ich hier nochmal aufräumen. Ja, komm. So. Oh, ich hab gar kein Energieschild. Vielleicht nicht so clever. So. Er brennt. Das heißt, er haut ab, ne? Sehr gut. Und du stirbst. Ich bleib mal hier an der Küste. Glaube ich. Fühl ich mich gerade recht wohl. Bis wahrscheinlich gleich wieder im Bonkau. Man sieht wieder gar nichts wegen dem Nebel. Wegen des Nebels. Und du sollst mal schön stehen. So. Und ihr kommt auch mal her. Weil, wenn da so viele von denen sind, wird da bestimmt auch irgendwo ein Nest sein. Und das hätte ich gern. So. Brathähnchen, her damit. interessant du bist auch noch mal platt gemacht so kleines karussell und du auch noch ein jahr hörst du wohl auf geist ich hasse es wenn sie mich trotzdem noch treffen tschüss sehr gut und das nest hier ausgeräuchert so aha askwin hals wir haben neuen knochen gefunden endlich aber kein neues rezept haben wir gekriegt so lernt mich gerade ein bisschen ich dachte eigentlich wir wenigstens noch was kriegen aber gut dann nicht so sehr gut und ich würde sagen wir gehen weiter nach dort wobei lieber bei küstennähe bleiben da sind die ganz das purisitpulver hätte ich natürlich gern hör damit was war das das war einfach nur der baum ne der glaube ich schaden gekriegt hat keine ahnung hier sind wieder ruinen verdammt mann ich finde keine festung also ich weiß auf jeden fall selbst dass hier eine ist bis wir echt so weit nach da hinten rennen komm schon es gibt doch nicht nur eine festung dachte eigentlich echt tatsächlich die sind ein bisschen häufiger aber gut so hier sind wieder geier dann sind hier bestimmt auch irgendwo knochen kommt mal her dann spare ich mir nämlich mana so drei feuerwelle und alle sind tot hervorragend hör damit gut und hier sind die knochen so das war's dann er hier noch so dein loot bitte so sehr gut da ist ein spawner den mache ich mal platt so ein stück höher vielleicht aber ich glaube das war gar nicht schlecht gezählt ne ja ich glaube das geht ich glaube ich treffe bisschen näher vielleicht ich sollte mal mein energieschild gönnen und vielleicht ein krank ja ne ist glaube ich verschwendet da warte ich dann lieber wenn not am mann ist ne zum beispiel morgen kommt oder so wenn der morgen kommt ehe die sonne steigt warte ne das war falsch na also sehr gut ist das helles fein wenn die dinger kaputt gehen finde ich hm ich sollte mich um die hier kümmern ne sonst laufen die mir ewig hinterher und schmeißen mit steinen alles so ja immer noch keine ruine keine ahnung was hier abgeht ich laufe einfach mal weiter und hoffe weil ich habe auch gehört man kann die schon aus der entfernung sehen diesen grünen strahl ne das hatten wir wie ich schon meinte bei der zweiten folge hatten wir das schon mal gesehen also die zweite folge in den ashlands die habe ich sogar minas ich glaube die habe ich minas morgul genannt weil sie aussah wie minas morgul so dann bauen wir mal ein portal zack schienen es und hier hin ich wollte gerade sagen keine feinde und da kommt direkt einer tschüss Gott sei dank hat der krieger uns nicht bemerkt das bedeutet wir können uns hindurchschleichen was liegt denn hier ach knochen ja gut scheiße habe ich das gerade richtig gesehen dass das portal feuer gefangen hat bitte geh jetzt nicht kaputt es wäre sehr sehr unschön unschön vor allem so das hier weg und einen neuen knochen ein hals ein hals am ende seines lebens was soll denn das so ähm es ist ja milch dunkel ne ja nachmittag haben wir ich würde sagen wir schmeißen uns mal eine pofe bevor es weiter geht sonst überrascht uns wieder die nacht wir können nichts sehen und überall sind tausend millionen feinde also gute nacht guten morgen und dann gehen wir direkt runter energy shield zack boah man gut immerhin leckt es nur einmal kurz ja und das mit den portalen hier hm notasche notasche 2 die muss ich irgendwie anders mal positionieren fläche in die mitte warte mal ich habe eine idee ich kopiere die mal und nochmal den hm nicht in den weg sondern irgendwie so ich mache die mal so rum um den tisch rum weil den tisch brauchen wir sowieso gerade nicht dann einfach grad sagen warum connectet der nicht so den weg und den weg und dann machen wir einen hier hin und und einen hier hin das ist nicht schön aber zweckmäßig nochmal den brauche ich nochmal so dann hier notasche 2 3 und hier notasche 3 so finde ich besser weil dann ne ist das hier nicht so im weg ja so viel besser ist es jetzt nicht aber es ist okay gut weiter geht's halt da habe ich gerade gedacht wir können nochmal eben reparieren aber ich glaube das ist schon okay so ich mache mal portal weg und das hier weg oh rain so zu sagen ja ich gehe einfach mal weiter nach da ah pilze so da sind erzdinger da ist ein asquin und hier sind natürlich überall feine man sieht nichts mal wieder so oh Nahrung so warte was geht denn hier ab das war gerade der blitz ne der das licht geworfen hat das sah gerade voll geil aus und und noch ein so da war ein asquin irgendwo den hätte ich ganz gerne um ihn zu looten dann locke ich den mal irgendwie raus ja er kommt glaube ich jo ah der ist sogar fast down das ist noch besser und tschüss mit deinem load und dich mache ich ebenfalls platt auf wiedersehen so dann haben wir hier schwefel ohne lava drunter das ist natürlich erfreulich so hör damit oh nein da ist ein zweck gestorben ist natürlich gemein ah da liegt noch was so äh mein energie schild soll ich mal refreshen und let's go du stirbst und du jagst dich in die luft hervorragend ja äh man sieht wirklich schlecht da ist erz oh die blitze ne die sehen so geil aus ich gehe mal so rum ich spare außerdem mal ein bisschen ausdauer warum ist denn unsere ausdauer so low ach wir waren bis eben gerade durch nest ne glaube ich jetzt sind wir es nicht mehr ich sehe hier keine festungen nichts oh nass quinn den sehe ich so wow wow hey ganz ruhig tschüss so ja mit frost ne ne fühl ich mich doch echt strong so ist hier lava drunter ne ne das heißt das können wir ebenfalls abfarmen hör damit so da ist noch was ne oder da hängt das da jetzt fest warte mal wow ups wow wow nein 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 nicht das Feuer äh ich muss mein Leben im Auge behalten alles gut alles gut phew Energieschild oh das nervt dass es so dunkel ist man ich sehe gar nichts und ihr wahrscheinlich erst recht nicht äh da hinten ist ein Spawner den mache ich mal platt Treffer ne ich glaube ja so ja doch das sieht gut aus so ja doch das sieht gut aus hm ich glaube neun waren es insgesamt die wir brauchten oder so wie auch immer hauptsache wir können schön es in Sicherheit machen werde ich aber jetzt immer so machen höher glaube ich ein bisschen so noch ein bisschen höher vielleicht ich glaube aber das ist gar nicht schlecht so na komm schon geh kaputt so na komm treffe ich überhaupt treffe ich überhaupt ich glaube ja das war's ne ne immer noch nicht das war's jetzt glaube ich ja gut da nehme ich hier die Rauchwölkchen mit da sind natürlich trotzdem immer noch Feind der ist halt grad gelaggt das heißt er hat irgendwas generiert vielleicht ja ne Festung da ist ne Valkyre ich glaub da war ne Valkyre oder? oder war das nur ein Lichteffekt? aber die würde ich gerne mitnehmen weil wegen Federn und so oh du stirbst du stirbst gut ja äh wir sind bald hier ne wer reift mich da an? er hier komme ich aber wahrscheinlich nicht über die Labe doch hier ich probier's mal und hier haben wir nochmal Dingens wie sieht's mit Gewicht aus? ist das noch okay? uh da ist Lava unten und sie rollt natürlich rein ich versuch mal ich hab so Angst ne? ich soll's lieber lassen oder? ich lass es ich lass es ist den Schwefel nicht wert hier zu sterben da hab ich gerade übel keinen Bock drauf oh lobe den Herren endlich das ist sogar die oder? ne die ist glaub ich hier hinten aber wir haben endlich eine Feste gefunden boah was ein Krampf gut ich lauf da mal hin ich hab keine Ahnung wie weit die weg ist Energieschild Kills und da sind wieder die dann sind hier bestimmt Knochen da sind Knochen kommt mal her alle Mann ich seh nicht was da für Viecher sind alter ich seh gar nichts bei diesem Sturm schieß nochmal schieß nochmal schieß nochmal da ist aber Kyret sooo und narsquill oh oh ich baller mir mal den und baller mir mal den und baller mir mal oh Gott sei Dank ich kann was sehen den den und dann nixi weg hier den Askin erstmal oh sind das viele Feinde schon wieder so Askin down sooo meine Herren Alter die umzingeln mich schon wieder ganz schön alle gruppieren Energieschild shit ja Ausdauer ne ey das gibt's nicht hört auf damit nein doch nicht die Spitzhacke den oh scheiße Mann das sind doch schon wieder viel zu viele oh hört auf damit mich so umzingeln so du stirbst der Krieger haut ab ich mach mir erstmal ein Portal hier oben auf dem Stein weil ich will auch ganz gerne da das Ding kaputt machen ja ich mach mir jetzt ne ne Base komm Portal und so und der da kommt den muss ich plätten tschüss und die da mach ich ach der die kommen ewig nach ne warte mal ich muss die trotzdem platt machen sonst machen die mein Portal kaputt tschüss und ich geh schnell hindurch sooo perfekt achso das ist Schnuffi oder Flauschi ich dachte schon was geht denn da ab wahrscheinlich ist es Flauschi Schnuffi ist bestimmt wieder auf dem Dach weil wo sonst so ich guck mal kurz auf die Uhr wir haben's Mittag dann können wir noch ein bisschen let's go und dann nehm ich mir mal den Spawner hier vor den da der ist nämlich extrem ungünstig für uns und da bringt es auch nichts hier die ganze Zeit die Karamell zu vernichten wenn der Spawner da noch ist der hat natürlich Top Prio ach da sind das schon wieder viele ey na also so und jetzt seid ihr dran warte mal ich mach mal ich lass sie mal gruppieren obwohl die verteilen sich immer übelst ne weil das ein Feuerball gar nicht so nützlich ist ne ich bleib bei Frost so in Deckung wow Energieschild und beiseite gerollt so so der ist down er ist auch down her damit her damit und das war's ne gut und jetzt nehmen wir uns die Valkyrie davor ich brauche dringend diese Federn ich weiß nicht genau wie viel wir haben ich glaub wir hatten 4 wir brauchten 8 gut zu hoch ich glaub das trifft zu niedrig Mann jetzt komm schon ist doch nicht wahr wenn ich einfach mal näher rangehe oh das ist noch ne Festung hier sind direkt 2 uuuuuh kommst du mal bitte her alter so dann laufen wir mal hier zum Portal das sollte ich mir mal eintragen ne und da sind noch Knochen soo nicht in diese Flammen gehen und bloß nicht treffen lassen alter die macht uns so platt oh oh soo sieht ja gar nicht schlecht aus ausdauersparen laufen noch ne salve drauf die macht ja gottseidank ordentlich damasch oh oh lauf 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 energie schild soo soo froststab weggerannt und ich glaube mit der salve kriegen wir ihn jetzt down tschüss und wie viel Federn kriegen wir? 3 uuuuuh haben wir dann genug ich weiß es nicht ich guck gleich mal hier haben wir noch ein paar Ägges soo sehr gut und außerdem ist da hinten ein Spawner den will ich ebenfalls nochmal verdichten weil ich glaube diese Burg hier wird's ne da ist vorne auch ein Tor da können wir dann schön das alles einnehmen bis hin bis hin bis hin bis hin bis hin bis hin Untertitelung des ZDF, 2020